ja es hat aufgehört zu regnen und soll übermorgen oder morgen ich weiß nicht freitag samstag übermorgen wieder sehr heiß werden über 30 grad tomorrow or after tomorrow it shall be more than 30 degrees mañana pasó mañana hacer más de 30 grados nachts war es ziemlich frisch war schätze ich so 16 grad 15 grad vielleicht noch kälter aber es war kein problem the last day so yesterday it was 15 degrees bueno ha hecho una temperatura de 15 grados ja ich habe noch sehr viel vorrat ich habe mich ja sehr viel von brennissen ernährt ich habe noch einiges dabei ich weiß nicht wie lange ich noch mache i have now a lot of food because i we eat plants and i make me amelette tengo todavía bastante comida porque he comido plantas y esas cosas y me he hecho una mermelada ah 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hallo, ich werde jetzt in dieser Tüte ein Wäschestück waschen und zwar mit diesen See-to-Summit Seifenstreifen. Es gibt hier spezielle für Seife, die habe ich mir hier zurechtgelegt. Laundry. Ich nehme mal so einen Streifen. Mal gucken, ob das ausreicht. Ich teste erstmal ein Streifen, ob das genug ist. Das ist ja nur ein Wäschestück, ein kleines Wäschestück. So, das ist Seife und da werde ich das hier Wasser reintun und das ist dicht. Moment. Ja. 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 Das ist ein Wäschegang bei 15 Grad. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Das war's für heute. Ja. Und jetzt kommt der Spülgang, with clean water, now. Oh, oh. Oh, oh. Und jetzt, jetzt kommt der Schleudergang. Fertig. So, ich habe vergessen, ich habe ein Trockner. Ich habe vergessen, ich habe ein Trockner. Ich pute es in der Pockner, hier. In der Boxner. und mit der Körper wärme, wird das Trocken. Con der calor de la persona, de uno mismo, se seca. Mit dem Herzen, es erzeugt.